Der Mann, Dennis Dolecki, 40 Jahre alt. Die Trainingsstrecke, 20 Kilometer, querfeldein. Das Ziel, 100 Kilometer in 24 Stunden. Ganz am Anfang bin ich da ganz naiv rangegangen und dachte, das ist ja nur gehen, das schafft man schon. Aber nach den ersten Trainingsrunden wurde ich eines Besseren belehrt. Da wurde einem schon mal klar, was da eigentlich dahinter steht, 100 Kilometer am Stück zu marschieren. Etwa 6,5 kmh macht Dennis Dolecki die Stunde. Die 20 Kilometer lange Trainingsstrecke schafft er so in gut drei Stunden. Die 100 Kilometer wird er vorher nicht trainieren. Die will er zum ersten und vermutlich auch letzten Mal beim Megamarsch in Hamburg laufen. Und da warten Asphaltwege, loser Untergrund und 350 Meter Höhenunterschied auf ihn. Und noch eine Herausforderung. Nachts bin ich jetzt auch zwei oder dreimal schon gelaufen. Es ist natürlich so, zumal ich auch alleine gelaufen bin. Man ist sehr isoliert von der Außenwelt und ist sehr auf seinen Körper fokussiert. Und somit auch auf die eventuellen Schmerzen, die auftauchen. Die nennt man natürlich ganz anders wahr, als wenn jetzt irgendwie Tageslicht ist und man abgelenkt ist. Und insofern ist das schon ein anderes Marschieren als tagsüber. Das ist definitiv. Also das ist nochmal eine Herausforderung für sich. Sein bester Freund hat ihn angemeldet und Dennis Dolecki nimmt die Herausforderung an. Zur Motivation hat er eine Spendenaktion gestartet. Nun sammelt der Oster Rhönfelder Geld pro marschierten Kilometer für einen Kinder- und Jugendhospiz in Rendsburg. Ja, für mich ist auch wirklich, dass ich das ja nun auch nach außen getragen habe, diese ganze Geschichte und losgetreten habe, dieses Move for Kids. Und da will ich mich jetzt auch nicht blamieren. Also das ist auch eine Motivation, natürlich nicht blöd dazustehen und wirklich das Optimum aus diesen Spenden jetzt rauszuholen. Und für mich ist es natürlich auch, das körperlich zu schaffen und mental zu schaffen. Das ist auch eine Motivation, einfach mal über die Grenzen hinaus zu gehen, Komfortzone verlassen und ja, eine Erfahrung zu sammeln, einfach eine positive hoffentlich. Wer Dennis Doleckis Blog liest, stößt auf jede Menge Zipperlein, die die Vorbereitung auf den Megamarsch begleiten. Von einem Hexenschuss, Muskelschmerzen und lauten Schreien seines untrainierten Körpers ist da die Rede. Gut, dass es Ehefrau Mona gibt. Ich stehe da eigentlich voll hinter. Und wenn er dann so rumjammert und auch mit seinem Hexenschuss, dachte ich, oh nein, bitte nicht. Aber ich bin ja Arzthelferin, irgendwie haben wir ihn dann wieder hingekriegt und da finden wir auch immer so ein paar kleine Wege. Aber dieses Jammern, das kenne ich jetzt schon seit 22 Jahren. Gott, da stehe ich so langsam drüber. Ist ja nur gehen, darüber kann Dennis Dolecki heute nur noch schmunzeln. Spätestens nach Kilometer 60 wird er sich fragen, warum er sich auf den Megamarsch eingelassen hat. Doch aufgeben gibt's nicht. 100. Definitiv. Also ich habe gesagt, wenn ich auf allen Vieren ins Ziel gehe und das ist halt auch das Projekt, das dahinter steckt, ist auch eine pure Motivation für mich. Und deswegen werde ich die 100 Kilometer auch schaffen. Am 8. April um 16 Uhr geht's los. Marschiert wird einmal rund um Hamburg.